1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 Reichel Stephan, 24, geboren in Linz, Automatisierungstechnik. Derzeit tätig bei FH Oberösterreich, Forschungs- und Entwicklungs-GmbH. Die Diplomarbeit ist aufbauend auf einem Berufspraktikum entstanden. Und dieses Berufspraktikum habe ich in England an der Anglia Ruskin University absolviert. Dort war ich in einer internationalen Forschungsgruppe, der Bioengineering Research Group, tätig. Und in dieser Forschungsgruppe habe ich eben begonnen, an der Simulation von künstlichen Hüftgelenken zu arbeiten. In dieser Arbeit simulierte Stephan Reichel mit der Finite Elemente-Methode die täglichen Belastungen eines künstlichen Hüftgelenks und konnte dadurch das optimale Material und die Dicke des Austauschgelenkes berechnen. Ja, das Problem bisher war, dass zehn Jahre nach der Operation vermehrt Probleme aufgetreten sind. Und daher war es meine Aufgabe, diese Probleme zu analysieren und Lösungen zu finden. Und im Speziellen durfte ich in diese Forschungsgruppe durch numerische Simulation bereits virtuell, bevor ein Prototyp der Prothese existiert, die Lebensdauer numerisch berechnen. Und somit konnte ich einen Beitrag zur Verbesserung der Hüftgelenke leisten. Basierend auf Computertomographiedaten wurde ein exaktes 3D-Modell eines Hüftgelenks gebaut. Wie es sich bei den alltäglichen Belastungen wie etwa Gehen, Stufen, Steigen oder Radfahren verhält, hat Reichel anschließend mit der Finite Elemente-Methode simuliert und analysiert. Außerdem wurden verschiedene Prothesenmaterialien und ihre Auswirkungen auf den Knochen und Knochenzement untersucht. Stefan Reichel hat eine wirklich tolle Diplomarbeit zum Thema Hüftimplantate verfasst. Das Besondere an der Arbeit ist, dass er das Thema Lebensdaueranalyse aus dem klassischen Maschinenbaubereich auf ein biomedizinisches Thema sehr erfolgreich umsetzen konnte. Und ich kann Ihnen nur gratulieren zu dieser herausragenden Leistung. Das Besondere an der Arbeit ist, dass er die Knochen von Knochen von Knochen von Knochen von Knochen von Knochen ist.